Aus erstmal ein paar Verkehrsinseln und so. 40 Sekunden und 40 Sekunden. 30 Sekunden und 40 Sekunden. 60 Sekunden. Und dann sind wir bereit für den Countdown der Euro Eisei Classics 2019. Wir wünschen gut und sich ihre Fahrt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und so ein Platz. 90 Sekunden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020